Hi, ich bin der Björn von Chauvet DJ und ich zeige euch heute unsere FreedomPAR T6. Die FreedomPAR T6 von Chauvet DJ ist ein akkubetriebener LED-Scheinwerfer. Der Scheinwerfer ist mit 6x3 Watt LEDs ausgestattet. Jede LED hat die Farbe Rot, Grün und Blau, somit könnt ihr das ganze Farbspektrum abbilden. Ihr könnt wunderbar den Winkel des Abstrahlwinkels verstellen. Dafür haben wir eine Diffusionsscheibe, die mit einem Magneten hält, die ihr ganz ganz einfach abnehmen könnt. Jetzt wäre zum Beispiel der Abstrahlwinkel sehr klein und jetzt könnt ihr zum Beispiel Säulen wunderbar beleuchten in eurer Location. Sobald ihr die Diffusionsscheibe wieder rauf packt, könnt ihr das ganze in einem größeren Winkel abstrahlen, um zum Beispiel auch große Flächen zu beleuchten. Ansteuern könnt ihr das ganze per DMX. Dafür haben wir unser DeFi Funk-DMX-System fest verbaut in den Lampen. Ihr könnt natürlich manuell hinten auf dem OLED-Display verschiedene Sachen einstellen, auch im Sound-to-Light-Modus. Oder ihr nutzt einfach unsere neue RFC-Fernierung, die es optional gibt. Besonders ist auch, dass ihr die Akkulaufzeit der Lampen einstellen könnt, nämlich mit 3, 5, 8 oder 12 Stunden. Dementsprechend dimmt sich die Lampe automatisch und ihr könnt die Lampe die ganze Laufzeit wunderbar benutzen. Beim Aufstellen haben wir noch die Möglichkeit, den Winkel der Lampe zu verstellen. Und zwar befindet sich auf der Unterseite ein Fuß, den ihr ganz einfach rein- und rausfahren könnt und somit die Lampe im Winkel verstellen könnt. Habt ihr jetzt neue Fragen zur Freedom Party 6? Schreibt diese gerne in Kommentare oder geht zu eurem Fachhändler um die Ecke. Ich danke euch vielmals!